Musik Geschätzte Damen und Herren, ich begrüsse Sie im Namen aller Spolis ganz herzlich zum Social Event hier im Technopark. Ihr großes Interesse an unseren Anlässen ist für mich immer wieder ein Highlight. Es ist für uns alle Ansporn, regelmässig ausgewiesene Referenten zu relevanten PM-Themen zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dieses Jahr ist uns das ganz besonders gut gelungen. Das Thema ist dabei garantierter Projekterfolg. Der Grad zwischen Mut und Dummheit sei ein schmaler, besagt der Volksmund. Laut Research-Studien sind circa ein Drittel aller Projekte erfolgreich. Und wir sprechen von garantiertem Projekterfolg. Ist das mutig? Allenfalls dumm? Dieses Urteil überlasse ich Ihnen in den nächsten drei Stunden. Ich garantiere Ihnen auf jeden Fall interessante Referate, bereichernde Impulse zu spannenden Themen und diverse Leckerbissen. Herr Benedikt Weibel, der ehemalige Chef der SBB und eine der profiliertesten Führungskräfte der Schweiz, wird Ihnen eine Checkliste für den Projekterfolg präsentieren. CargoTube, ein Pionierprojekt, wird erstmals öffentlich vorgestellt. Und zwar vom Spiritus Rektor und Managing Partner André Graber. Natürlich darf auch Bruno Jenny nicht fehlen unser PM-Guru und begeisternder Referent. Des Weiteren schildert Hans-Peter Jakob der Spohl, wie Termindruck als Erfolgschance für Projekte genutzt werden kann. Und Herr Jörg Hönger von der COMIT, er ist dort Head of Project Management and Methodology, präsentiert ein Erfolgsrezept bei besonders komplexen Projekten. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele gute Anregungen. Besten Dank.